Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Max und weil ich Battlefield-Fan der ersten Stunde bin, werde ich natürlich auch etwas zum niegelnagelneuen Trailer von Battlefield 1 sagen. Ehrlich gesagt habe ich mich sehr auf ein neues Battlefield, welches in der Vergangenheit spielt gefreut. Umso mehr ersehnte ich aber die Veröffentlichungen des neuen Battlefield, damit diese vermeintlichen Leaks diverser Wichtigtour im Netz verschwinden. Und nun ist es also doch ein Spiel im Ersten Weltkrieg. Es gab Leaks, die davon berichteten und selbst einmal hat mir ein Vöglein von EA davon erzählt. Im Scherz, dachte ich damals. Ich bin etwas zwiegespalten, was das neue Battlefield 1 angeht. Rein optisch, und das ist ohne Zweifel klar, ist das Material im Trailer eine Wucht. Da gibt es auch nichts dran zu meckern und da kommt auch momentan kein anderes Spiel mit. Die Szenen sind hervorragend ausgesucht und der Trailer ist einfach grandios geschnitten und mit passender Musik untermalt. Ein Machwerk aus der Trickkiste von DICE. Aber das sind bisher alle Trailer eines Battlefield gewesen. Hier erhebe ich den Zeigefinger und frage, wird das Spiel funktionieren? Bietet das Setting genug Variationen in Sachen Waffentechnik für die neue Zielgruppe? Man bedenke, dass es im Ersten Weltkrieg zwar einige Maschinengewehre gab, diese waren aber meist enorm groß und kaum von einem Soldaten zu tragen. Sturmgewehre gab es praktisch gar nicht und ob ein schnelles Gameplay wie in Battlefield 4 oder Hardline mit den damals hauptsächlich genutzten Repetiergewehren funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Aber, und das ist meine Hoffnung, vielleicht bietet es dann ein deutlich entschleunigtes Gameplay. Mir sind nämlich aktuelle Shooter einfach zu schnell. Run and Gun sagt man dazu beiläufig. Darum spiele ich mittlerweile wieder Spiele, die im Zweiten Weltkrieg ein etwas entspannteres Spielen ermöglichen. Was mich am Ersten Weltkrieg allerdings fasziniert, sind die Flugzeuge. Diese Szenen haben mich im Trailer einfach absolut begeistert. Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Flugzeuge fliegen werden. Mit Jets komme ich nämlich überhaupt nicht klar. Allgemein fällt es mir schwer, das Spiel nach einem derartig kurzen Trailer zu beurteilen und eine echte Entscheidung zu treffen. Ich denke, man muss es spielen und selbst ausprobieren. Eines weiß ich aber sicher. Es wird einfach nur derbe geil aussehen. Battlefield 1 wird die Grafikreferenz im Bereich der Shooter werden. Die Frostbite Engine ist da einfach ganz weit vorn und wenn das Spiel dann technisch funktioniert, die Maps anständig designt sind und wenn der Netcode stimmt, dann kann auch das Setting für mich nur zweitrangig sein. Ähnlich wie ich das auf Battlefield Hardline beziehe. Nicht jeder mag Polizei gegen Räuber, aber das Spiel ist technisch das beste Battlefield. Wir sollten also Battlefield 1 in Alpha und Beta spielen und uns dann ein erstes Urteil bilden. Ich nenne mich selbst einen Realisten und sich einem Hype wegen eines Videos hinzugeben, das liegt mir einfach fern. Einige Leute finden das sicher nicht schön, aber ich erwarte, dass man das einfach akzeptiert. Immerhin akzeptiere ich ja auch, wenn die Leute aufgrund eines Videos völlig ausrasten und später dann ernüchtert über das Spiel meckern, weil es nicht richtig funktioniert. Also warten wir es einfach ab. Was ist deine Meinung zum Setting? Wirst du dir Battlefield 1 vorbestellen oder bist du auch der Meinung erstmal ausprobieren und dann mal gucken, ob das wirklich was für dich ist? Schreib es mir in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.